Für einen Schlafsack brauchen wir 20 Fell und 10 Leder. Wir haben 12 Fell und noch 8 Leder. Okay, wir müssen jagen gehen morgen. Und ich möchte gerne wissen, was wir für den Langbogen brauchen. Und den kann ich jetzt nicht... Ach, den kann ich hier gar nicht bauen. Scheißen, Dreck. Den kann ich bestimmt nur in der Werkbank bauen, right? Und wo baue ich die? Hier, warte mal. Holz, 50 Fasern, Leder. Okay, wir gehen erstmal jagen. Und dann konzentrieren wir uns mal auf die Werkbank. Da bin ich doch mal gespannt. Aber vorerst müssen wir die Nacht abwarten. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz pausieren. Oder zumindest hier einen Cut machen an der Stelle. So, Storm is incoming, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie gut das jetzt alles halten wird hier. Da bin ich wirklich mega gespannt mit den ganzen Balken und so weiter. Ist das eigentlich schon hell? Das ist hell leer auf jeden Fall. So, ich mach mal nochmal zu. Ja, okay. Ich, ähm... Brauch mal langsam Wasser, ne? Haben wir hier noch Oxid drinnen? Nee. So, das packe ich alles mal... Ich packe das alles mal hier rüber. Man weiß ja nie so genau. Esse noch ein Happen. Wir haben nur noch sieben Pfeile. Wir werden uns, sobald es Tag ist, werden wir rausgehen und uns weiter Pfeile machen. Wir müssen Oxid besorgen. Das Messer werde ich einmal reparieren. Was brauchen wir denn dafür? Stein. Oh, ich hoffe, dass das jetzt wirklich alles besser hält, ne? Das hoffe ich wirklich sehr, sehr stark. Mal gucken. Das hier und das hier. Und den Bogen... Ja, der reicht noch, ne? Guti. Also im Prinzip... Wir müssen jagen gehen, Leute. Ich hasse alles. Manno, wieso treffe ich den nicht? Ja, gut. Läuft bei mir. Ich würde sagen, wir bauen uns mal... Wir bauen uns mal ein paar bessere Pfeile. Knochenpfeile zum Beispiel. Ich gucke mal kurz, was wir dafür brauchen. Ich glaube, Knochenpfeile wären jetzt ein bisschen praktischer, ne? An der Stelle. Ich brauche noch mal was zum Atmen. Was brauchen wir dafür? Stock, Leder und Knochen. Ja, Leder ist schwierig gerade. Nein, wir bauen uns Steinpfeile erstmal noch, weil ich das Leder brauche für einen Schlafsack. Also Stockfasern und Stein. Okay. Oh, jetzt habe ich das falsche Messer repariert. Ich honk. Ja, Mann. Das ist doch das richtige Messer. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja, egal. So, auf jeden Fall ist jetzt schon Tag. Hier ist alles aus draußen. Ich werde mal noch ein paar Stöcke klar machen mit der Sichel und hier ein bisschen Fasern. Sichel haben wir ja auch schon. Das ist gut. So, hier müssen wir die Dinger kaputt machen. So, dass wir mehr Stöcke haben. Kommen wir nicht durch. So. Und so. Und dann machen wir uns auch 20 Millionen Pfeile. Dass wir erstmal genug haben. Steinpfeile. Max 29 herstellen. Was fehlt uns dann noch? Steine. Okay, Steine. Ist das ein Wolf? Eine Gämse. Yes. Nice, nice, nice. Das hat gesessen. Heilher. Los. Da brauchen wir auf jeden Fall diesen Häutungstisch. Den will ich haben. Der passt hier zwar nicht rein, aber... Naja. So. Warte, warte, warte. Wir brauchen noch diese Stockdinger. Wir brauchen noch ein paar Dinger hier. Hervorragend. Mit der Sichel noch ein paar Dinger hier machen. So. Und dann können wir doch noch ein paar Pfeile machen, ne? Und ich brauche dringend was zu trinken. Was fehlt denn? Ach, Steine, ja. Moment, ich trinke erstmal was. So. Okay, ich hole mal Steine. Kann man denn dieses große Ding hier abbauen? Das hier? Das Ding kann man abbauen. What? Das sind die großen Steine, wo man sich einbauen kann, Leute. Nee, kann man nicht. Ja, komm doch her, Wolf, wenn du dich traust. Komm doch her. Ich bin hier und warte auf dich und brauche dein Fell. So, ich mache mal noch ein paar Pfeile. Ich habe 50 Kilometer zurückgelegt. So, so. So, gib mir das hier. Steinpfeile, Max, 34. Let's go. Okay, cool, 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 cool. Ich bringe das Zeug eben weg. Und dann lass uns mal noch ein bisschen jagen gehen. So, damit wir dann ausreichend Zeug haben. Langbogen kann ich ja noch nicht bauen. Was brauchen wir für die Werkbank? Holz, Stein und Leder. Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leder. Noch ein paar Asien, das da alles. Oxid mache ich vorne rein. Hier machen wir noch ein bisschen Fleisch rein. So. Das kann weg. Obwohl, das Messer nehme ich noch mit. 64 Pfeile. Ich mache mal so, ne? Ich hoffe, dass das reicht. Für das Fleisch. Und dann können wir los. Aber ich werde noch mal ganz kurz den hier reparieren. Und dann können wir los. So. Okay, nice. Let's go. Wo laufe ich denn hin? Auf die Seite? Da hinten waren ja auch mehr Wölfe, ne? Ach, guck mal da oben. Was haben wir denn da? Oh Gott, ich treffe nicht. Mist. Gut, ähm. Okay, ich laufe mal hier rüber. Hier ist auch noch Sauerstoff. Wo ist er jetzt, der Kleine? Ich schuhe mal hier rüber. Da muss er ja irgendwo sein. Oder wir laufen da rüber. Ist auch okay für mich. Dann laufen wir da einmal rüber. Wanderer 3. So. Wo ist er jetzt? Wo ist der Wolf? Also das Ziel ist Leder, 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 Fell, Fell, Fell. Das Erste, was wir machen müssen ist auf jeden Fall ein Schlafsack. Komm her, Schatz. Hier ist ein Hase. Wolf. 26er. So. Her damit. Hochgestuft. Uh. Ich meine, jetzt levelt man wieder, ne? Das finde ich schon ganz nice. Jetzt levelt man wieder. Und das war halt im Outpost gar nicht so. Im Outpost hast du kaum gelevelt. Das ist wirklich nur so für eine entspannte Runde. Das hilft halt irgendwie nicht so. So, okay. Das Messer hält halt nicht so besonders lange, wie ich finde. So, wie sieht's aus? Lass mal gucken. Ich habe jetzt, ähm, schon wieder einen Talentpunkt. Das heißt, ich werde... Pass mal auf. Jetzt machen wir mal heimlich still. Den hier würde ich gerne machen. Reduziert der Sauerstoffverbrauch, Hunger und Durst. Ja. Dann machen wir den erstmal. Da vorne ist noch ein Wolf. Ich hoffe, das Messer hält noch. Wow. Das Problem ist, mein Messer ist gleich kaputt. Und ich auch. Das war ein 60er-Wolf, ne? Kann das sein? Kann das wirklich sein? Wow. So, ich glaube, ich laufe mal kurz nach Hause, Leute. Das ist mir ja alles ein bisschen unsicher. Kurz mal da rüber. So. Okay, 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 okay. So, falls hier noch ein Wolf ist, kann ja immer mal sein. Gut, komm, wir bauen uns erstmal einen Schlafsack jetzt. Das ist das Erste, was ich möchte. Und den Schlafsack werde ich hier irgendwie hinlegen. Hier so. Obwohl bei der Fackel können wir auch mal kurz ausmachen, ne? So, ähm, ich esse das. Ich esse das. Jetzt, ich haue hier noch ein bisschen rohes Fleisch rein. Mache dazu noch ein paar Stöcker klar. Aktivieren. So. Hier machen wir noch ein bisschen Oxid rein. Und ich atme mir auch noch einen rein. So, haben wir. Ähm, und baue mir jetzt einen Schlafsack. Yeah! Avissimo. Avissimo. So. Den lege ich jetzt hier hin. Oder da ans Fenster oder hier so. Kann man, kann ich auch hier, aber dann glaube ich, springe ich direkt ins Feuer, oder? Und hier möchte ich lieber Kisten hin machen. Vielleicht hier so beim Sauerstoff. Mann, schwierig. Oder einfach so in die Mitte. Hier so. Kollidiert. So. Erscheinungspunkt setzen. Und jetzt können wir ab sofort, können wir die Nacht überspringen. Und das finde ich sehr, sehr nice. So. Ich esse, glaube ich, den Fisch noch bevor der Fisch... Ich brauche Kraftstoff. Warte, warte, warte. Hier. Bitte schön. So, ich will eine Werkbank haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinstellen soll. Aber wir brauchen jetzt erstmal sehr viel Holz. Und Holz kriege ich bekanntlich im Wald. Habe ich hier gerade noch Sauerstoff gesehen? Ja, egal. So. Wir brauchen diese Werkbank, weil ich hätte gerne diesen Langbogen. ich weiß zwar nicht, ob der was taugt. Oh no. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert, Leute, was ich hier gebaut habe. So ein richtig fettes Wetter war ja jetzt noch nicht. Okay, hier ist noch ein bisschen Sauerstoff. Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz. Ich brauche auf jeden Fall. glaube ich, brauchen wir, ne? Ich brauche nur noch Stein. Dann können wir das Ding bauen. Okay, let's go. Wie viel Stein? Oh, reicht schon. Okay, dann baue ich jetzt die Werkbank, Leute. Und da bin ich sehr gespannt. Ähm. Mal zumachen. Da bin ich sehr gespannt. Was wir da jetzt machen können. So, neun. Nein, neun. So. Dieses Teil. Stell ich das hier hin oder stelle ich das da hinten hin? Ich glaube, ich stelle das da hin. So, Werkbank. Hier kann ich bauen einen Langbogen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Leder. Sorry. Ein bisschen Leder haben wir, glaube ich, hier noch. Glaub ich. Ja, hier haben wir noch Leder. Kann ich nicht das ganze Zeug auch einfach in diese Werkbank reinmachen? Ist das nicht sogar besser, wenn ich hier die ganze Kacke reinmache? So, jetzt stelle ich das hier her, ne? Langbogen. So. Ich kann ein Seil bauen. Ich kann einen Trinkschlauch machen. Ähm. Eine Häutungsbank. Oh ja. Oh nein. Nein, ich habe kein Leder mehr. Scheißen, Dreck. Ich muss jagen gehen. Ich habe wirklich kein Leder mehr. Mist, verdammter. Ach, Mist. Eine Häutungsbank wäre auch richtig nice. Ähm. Ein Steinhochofen und ein Amboss. Da brauchen wir aber Eisenbahren. Und hier brauchen wir auch Leder. Stein. Okay. Ja, cool. Ich habe jetzt erstmal meinen Langbogen. Holzbogen lasse ich hier. Trinkflasche habe ich. Okay. So, und du? Können wir deaktivieren. Das passt. So, das bedeutet jetzt, ich kann mit dem... Kann ich denn damit jetzt gar nicht... Oh Gott, ich kann mit den Pfeilen nicht arbeiten, ne? Doch, kann ich. Aber ist der wirklich besser? Okay. Oh, getroffen habe ich das Vieh schon mal. Aber... Inwiefern ist der Langbogen jetzt besser, Leute? Ich hätte gerne die Häutungswerkbank. Aber dafür brauchen wir mehr Leder. Leder, Leder, Leder. Sehr viel Leder. Ich brauche sehr viel mehr Leder. Bevor es dunkel wird. Und da vorne. Okay. Geh doch mal da rauf. Oder hier. Hier ist auch gut. Hallo? So. Da. Äh. Schwierig. Hier, das können wir uns natürlich auch gönnen, ne? Mist. Mist, 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 Mist. Ich bin ein grauenhafter Jäger. Sagte sie. Ach, leck mich. So, ähm. Gott sei Dank sind das keine, keine, äh, teuren Pfeile. Ehrlich. So, her damit. Das schon mal gut, oder? Reichte das jetzt für die Häudungsbank? Weil ich finde, die sollten wir uns auf jeden Fall gönnen. So, ich bin aber noch nicht fertig. Wir müssen noch mehr holen. Und Sauerstoff brauche ich auch noch. So. So, ich höre mal Sauerstoff. Das heißt natürlich, wir müssen dann die Tiere immer mit rübernehmen. Aber ich denke mal, auf lange Sicht ist das sehr zielführend, oder? Bitte stürz jetzt nicht runter. Das heißt natürlich, ich höre mal, Vielen Dank.